Ich verstehe nur Befehle mit höchstens zwei Worten. Spiel Wolf. Oh! Dann können wir ja jetzt wieder. Verzeihung, wo war ich? Ach ja, das Rotkäppchen. Kuchen und Wein. Nein, gestern haben wir gebacken. Da soll die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit stärken. Jetzt kommst du. Wo wohnt denn deine Großmutter? Ganz brav. Noch eine Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich. Der Wolf dachte bei sich. Äh, ja, was dachte denn der Wolf bei sich? Ach, Karuso. Wir haben die ganze Nacht diesem Text geprobt. Den müsstest du jetzt eigentlich kennen. Hast du den jetzt etwa schon wieder vergessen? Versuch dich zu erinnern. Versuch dich zu erinnern. Das junge, zarte Ding. Ja, das junge, zarte Ding, das wird ein fetter Bissen. Ach ja, sehr schön. Weiter. Versuch dich zu erinnern. Ähm. Der wird noch besser schmecken als die... Alte. Ja, genau. Der wird noch besser schmecken als die Alte. Sehr gut, sehr gut. Weiter. Du musst es listig anfangen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du musst es listig anfangen, damit du beide schnappst. Ja, ja, wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Ach, wunderbar. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her. Dann sprach er... Schon wieder ich?